Hallo und herzlich willkommen bei 12Pomade.de. Heute stelle ich euch die rote Sweet Georgia Brown Pomade vor. Ist eine sehr gute Pomade, riecht fruchtig, frisch, lecker, leicht männlich. Die Pomade wird seit 1934 nach derselben Rezeptur hergestellt und ist daher ein echter Klassiker. Die Pomade eignet sich für alle klassischen Frisuren. Allerdings muss man etwas aufpassen, die kann auch gerne abfärben, also weiße T-Shirts sind nicht empfohlen bei dieser Pomade. Sie ist für eine Pomade relativ leicht auswaschbar, also auch für Anfänger geeignet. So, jetzt nun zur Anwendung. Ganz normal, hier sieht man nochmal die wunderschöne Farbe. Man nimmt wieder einen Finger voll raus, verreit den zwischen den Händen, bis die Pomade schön weich wird. Die Konsistenz ist eh super leicht zu verarbeiten. So, meine Haare sind vorgebürstet. Jetzt verteile ich die Pomade nochmal in meinen Haaren, damit auch jedes Haar schön Pomade abbekommt. Bei dieser Pomade verwende ich lieber eine Bürste als einen Kamm, weil es einfach schneller geht. Genau, dann bürste man dreimal drüber. Man nimmt bei dieser Pomade immer lieber ein bisschen weniger und nimmt dann nach, wenn es zu wenig ist. Einfach dadurch, weil viel zu viel Pomade schnell zu viel Glanz verleiht und dann schleimig und eklig ausschaut. Das war die Sweet Georgia Brown, die rote. Hier sieht man es nochmal. Viel Spaß damit. Das war euer Max von 1wo pomade.de